Willkommen zum Frequent Traveller Circle, Frequent Traveller TV vor allem. Es ist das Weekend Update, die Woche 48 habt ihr. Ich hoffe, der Ton ist laut und klar. Ansonsten, was ist das neue Format? Das neue Format von Frequent Traveller TV Weekend Update ist in dem Fall einfach, dass wir Nachrichten, die normalerweise zu kurz kommen, heißt also, die man in der Woche gar nicht aufs Papier bringen kann beziehungsweise aufs Facebook Live bringen kann, weil sie einfach zu kurz sind oder weil sie einfach auch von der Thematik her zu lang oder zu kurz sind und die Sendung dann zu lang wird, habe ich mich entschlossen, ein Wochenendformat zu machen. Und dieses Wochenendformat ist ganz einfach dadurch ausgezeichnet, dass wir diese kleinen Nachrichten zusammenfassen. Heißt also, ergo, dass wir diese Nachrichten geballt bringen und dass ihr dann trotzdem informiert seid. Also etwas so Tagesschau, heute Journal, vielleicht nicht ganz so lange Beiträge am Anfang, aber schauen wir mal, wie das neue Format sich einfach etabliert. Deshalb, lasst uns doch einfach direkt anfangen, dass mit den Themen, da gibt es direkt Starlines Goldstatus kaufen, Alaska Airlines 737 Max, das Kimpton Passwort, ja ganz genau, Kimpton hat ja immer so ein Social Media Passwort und dieses Social Media Passwort ist auch bekannt gegeben worden. Dann Deal der Woche, das ist etwas, wo ich nochmal auf eine Sache, die in der Woche war, drauf eingehen kann aus der Hotellerie sein, kann aus der Aviation sein, ich nehme es vorne weg. Es ist aus der Aviation heute und wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, dann könnt ihr natürlich auch bei einem Gewinnspiel dabei sein, wo es natürlich auch Preise gibt, die für den ein oder anderen interessant sind. Ganz einfach. Ja, dann lasst uns direkt mal thematisch einsteigen in das Ganze und schauen, was es da so gibt heute und das Thema, was auf den Seelen der Leute brennt, ist wohl wahrscheinlich der Starlines Goldstatus. 718 Euro kostet er. Wie kann ich diesen kaufen? Wie kann ich diesen erwerben? Deshalb schauen wir da einfach mal direkt rein. Und zwar gibt es bei den Freunden von Portugal einen Deal im Moment, das ist so eine Art Black Friday Deal und diesen Deal bei der Tab Air Portugal kann man halt wie immer den Status kaufen und wenn man den Status kauft, dann kriegt man einen Starlines Goldstatus. Deshalb ist das Logo auch direkt daneben. Heißt also, ihr könnt da dann direkt schauen und sehen, was da passiert auf dem Ganzen, wenn ihr es kauft. 718 Euro fürs Jahr, da gibt es Meilen und diese Meilen geben zusätzlich normalerweise einen Silberstatus. Diesmal geben sie einen Goldstatus und der Goldstatus ist zusammen mit dem Club Platinum ein Starlines Gold. Wer sagt, hey, mir reicht der Silberstatus, ich möchte nur 399 ausgeben, der muss da dann, sage ich einfach nur, dieses Club Top Angebot nehmen. Ja, schauen wir einfach mal rein, ob sich das lohnt. Vielleicht lohnt sich das für den einen oder anderen. Ganz klar, ganz sicher. Aber wir wissen halt nicht, wie lange es dauert, bis man wieder normal fliegt. Ihr könnt über diese Meilen und Punkte so ein bisschen drüber hinweg fliegen und schauen. Und ihr seht auch bei den Bedingungen, die ich euch gerne nochmal vorlese, dass die Kampagne gültig ist, bis zum November ist, also vom November bis zum 30. November ganz genau, jetzt war ich irritiert, es war am 26. November hat es angefangen, und zwar ist die portugiesische Festlandzahl maßgeblich und die Kampagne ist gültig für den Neuerwerb und Erneuerung der Pläne Extra Top Platinum und des Club Top Miles & Go, so heißt das Programm. Die Thematik ganz einfach hier ist, dass man vorher kein Mitglied gewesen sein darf vorher. Das heißt also, man muss sich ganz neu anmelden und kann dann im Rahmen dieser Werbungaktion seinen Status bekommen. Es kann immer so ein bisschen dauern, bis die Gutschrift des Statuses erfolgt. Heißt also, wir müssen da ganz einfach mal schauen, inwieweit es für jemanden, wie zum Beispiel jetzt den Andreas Schmitz, der geschrieben hat, ich fliege am Mittwoch, ob das dann noch gut geschrieben wird. Also das muss man ganz einfach schauen. Das kann man so in der Form nicht direkt sagen. Wenn man dann einfach schaut, auf die Vorteile, da gehen wir dann direkt auf die nächste Slide, die ich natürlich vorbereitet habe. Ich wusste, dass diese Frage logischerweise kommt. Und zwar ist das der ganz normale Style, ein Gold-Status-Vorteil, der also Priority-Check-In, Extra-Baggage-Allowance, Priority-Security, Airport-Lounge-Zugang und natürlich auch Priority-Baggage-Handling hat. Aber ganz wichtig ist natürlich, im Moment sind die Lounges, ja, nennen wir es einfach mal etwas, ja, überschaubar von dem, was sie einem da anbieten. Also da muss man ganz einfach schauen. Und was auch ganz wichtig ist, man bekommt Meilen bei der Aktion. Und diese Meilen sind in meinen Augen nicht so viel wert. Also da muss man halt wirklich, ja, ein bisschen drauf achten, dass man sich da nicht von blenden lässt. Also das heißt, die Meilen, die man bekommt, das wären in dem Fall 100, 100 irgendwas, 1000. Also die sind nicht jetzt so wertvoll. Also dass ihr euch da nicht ins Boxhorn jagen lasst. Aber wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie doch einfach in die Shownotes nach unten rein, in die Fragen. Dann gehe ich auch nach dem Live-Feed einfach mal für euch darauf ein. Und ihr seht auch schon das Bild, was neben mir ist, auf der linken Seite oder rechten Seite, linke Seite, wenn man von vorne guckt, habe gerade nochmal geschielt, da seht ihr Alaska Airlines. Und Alaska Airlines hat gesagt, dass die 737 MAX einsetzen wollen. Und zwar, if it's not safe, we will not fly it. Und da hat auch dann der MAX TITWELL gesagt, das ist der Vice President of Safety and Security von Alaska Airlines, dass er sehr, sehr sicher ist, dass die FAA und Boeing alle Schritte unternommen haben, dass das Flugzeug sicher ist. Warum ist das eine Nachricht wert? Ganz einfach deshalb, weil Alaska Airlines 10 Airbus A320 an Airlease verkauft und dann ein sogenanntes Lease-Back-Verfahren macht. Das ist im ersten Moment nicht schlimm, nicht neu. Das hat die Lufthansa ja auch gemacht, um Cash zu bekommen. Sondern es geht sich darum, dass man diese dann auch langsam, wenn die MAX geliefert werden und man geht davon aus, dass das 2021, 2022 der Fall ist, durch 13 neue Boeing MAX ersetzt werden. Also das heißt hier ein ganz klares Bekenntnis von der Alaska Airlines zu dem Produkt. Dann für die Leute, die Russland-affin sind, ihr seht es schon an dem Flieger von der Swiss. und zwar ist es so, dass die Swiss jetzt nach acht Monaten Pause wieder einmal die Woche nach Zürich fliegen, von Zürich, das wäre geil, von Zürich nach St. Petersburg fliegen will. So war es. Mensch, das war doch wieder ein Zungenbrecher. Und das soll dann auch passieren nach Zürich und zwar mit der LX 1310 und mit dem Rückweg mit der LX 1311. Abflug ist um 7.20, 12.25 wäre Ankunft und der Rückflug geht um 13.35 und um 14.50 freitags wäre da dann der Rückflug. Also das heißt, dass ihr da ganz klar seht, was da passiert bei der Swiss. Also man nimmt wieder Flüge auf. Dann gibt es noch eine andere Lustigkeit und da habe ich ein Bild von der Delta Airlines Crew ausgewählt. Ganz einfach deshalb, weil die Delta Airlines jetzt am Thanksgiving Wochenende, das ist das reiseintensivste Wochenende in ganz Amerika. Das heißt also, die Leute fahren zur Familie, fliegen zur Familie. Das ist fast schlimmer als Weihnachten in Amerika. Und was da halt der Fall ist, ist, dass die Flüge ausfallen lassen, weil sie Pilotenmangel haben. Da sagt man, what, Pilotenmangel? Also das ist eine Geschichte, die hat sich für mich nicht ganz so erschlossen, wie das passieren kann. Und da muss man halt wirklich einfach mal schauen, was da wirklich hinter steckt, ob das nicht von der Gewerkschaft ist oder so, aber dass man halt, ja, dass man dann nicht mehr fliegt, weil man zu wenig Crew hat. Also das sollte in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem sein. Ja, nachdem wir über die 500 Flüge, die ausgefallen sind, bei der Delta gesprochen haben, können wir auch jetzt weitergehen zur Lufthansa. Die Lufthansa hat, oh, da habe ich, habe ich das vergessen? Mensch, dann machen wir das einfach so, lassen wir das Quantas Bild. Aber dann kurz von den Lufthansa, den Gutscheincode. Die haben einen Gutscheincode. Ich kopiere den auch nochmal nachher unten rein. Das ist ZFL59R20QHEQ. Da gibt es halt Rabattaufflügen nach Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien oder Amerika und der Gutscheincode ist bis zum 30. November gültig. Also das heißt, man kann ihn da dann abfliegen und buchen mit vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gilt natürlich wie immer diese Booking with Confidence, egal wie man diese Garantie nennt. Also das heißt, dass man da wirklich umbuchen kann. Jetzt kommt Quantas. Und zwar bei der Quantas gibt es in Australien ja keine internationalen Flüge, bis auf wenige Repatriierungsflüge, die jetzt kommen sollen. Und zwar haben sie Flüge, die sie von Australien, da gibt es Flüge, die gehen von Sydney aus, über Perth, dann weiter nach, ich habe es mir aufgeschrieben, nach London dreimal, zweimal nach Frankfurt, einmal nach Paris, dann dreimal nach Delhi und einmal nach Chennai, auch in Indien. Aber das ist nicht das Spannende bei der Repatriierung und die langen Flüge mit denen, sondern, was in meinen Augen spannend ist, dass man für alle Teilnehmer, die in Neuseeland und in Australien gemeldet sind, mit einem Flug ihren Status ein Jahr verlängern können. Und dann auch noch ganz interessant ist, für die, die doch keinen Status haben, aber die Möglichkeit haben, mit Quantas oder mit One World zu fliegen. Man muss 100 Status Credits in 90 Tagen bekommen, da kann man so einen sogenannten Status Challenge machen, heißt also, diese 100 Punkte in 90 Tagen eigentlich auch nicht so schwer und das ist wirklich dann aber der Flyer, Frequent Flyer Gold Status, der auch noch ein Silber- oder Sapphire-Status bei der One World ist. Dann haben wir noch etwas für die Flüge, Freunde der fliegenden Kunst, die bei Flying Blue sammeln, also Air France oder aber auch bei KLM. Das seht ihr auch schon am Bild. Man hat dort jetzt beschlossen, dass die, ja, man will wirklich die Meilen nicht verfallen lassen und das bis zum 31. 12. 20. 21. Warum nur für die Basismitglieder? Ganz klar, weil für die anderen Mitglieder ist es so, dass sie natürlich nicht verfallen mit Status. Dann auch noch ganz wichtig, was auch spannend ist, ist für euch das Thema biometrisch. Das ist ein Thema, was bei der Starlines hochgekocht ist. In Anführungsstrichen ist ja nichts Negatives. Das heißt also, dass ich mit meinem Gesicht einfach mich mit meiner Kamera, also ich gucke so ein Gerät rein und das autorisiert mich. Dann brauche ich keine Karte vorzeigen, keinen Bordpass vorzeigen. Und das hat man 2019 schon mal in Miami ausprobiert, hat es jetzt aber auch auf Flügen innerdeutsch in der Erprobung, heiß also in München und Frankfurt. Und Lufthansa sagt auch, dass diese Innovation ja relativ gut angenommen wird. Warum? Weil man schon über tausend Anmeldungen hat. Also insofern, ich weiß nicht, ob das ein Erfolg ist, aber das ist etwas, was spannend ist, weil ich glaube, dass das auch viele Sachen verschnellert und dass man halt damit auch Sachen vereinfachen kann. Ich hatte in Dubai ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei dem Test teilzunehmen, wo man mit der Immigration, das heißt also, man hat sich nicht mehr in Dubai, ich muss das Bild noch wechseln, hier, das ist das passende Bild, in Dubai, dass man die Immigration, dass man da rausgeht und da quasi gar nichts mehr zeigt, sondern nur durch so einen Tunnel und dann aus dem Land ausgecheckt wird, in Anführungsstrichen. Dann haben wir als nächstes Thema den Berliner Flughafen, nicht nur, dass es eigentlich jetzt mit dem BER nach vorne gehen soll, das Problem ist, ist, dass das Flugaufkommen in Berlin so rapide gesunken ist, dass man den Terminal 5, also das heißt, dieses alte Gebäude, wo die Reihen und so weiter abgegangen sind, will man schließen im nächsten Jahr und möchte damit ja, Kosten sparen, das soll irgendwo im Millionenbereich sein und Lüttke Dahlrup, das ist der Vorsitzende oder der CEO von dem Flughafen, der sagte, dass aus dem Terminal 5 wäre nur vorübergehend, bis die Passagierzahlen wieder steigen. Also das ist etwas, was man im Auge behalten kann, ob das stimmt oder nicht, es sollen ja auch Staatsgelder gegeben werden, damit der Flughafen ja weiter bestehen kann, weil er weiter Geld braucht, also das heißt, man hat jetzt einen hübschen Flughafen, ist aber wie immer in Berlin arm und sexy und braucht wieder Knete, so einfach ist das. Ja, als nächsten Punkt, das sind die neuen Tower in London und zwar ist das das neue Viertel Nine Elms, so heißen die das, in 2022 eröffnet werden soll. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil da ein Hyatt Hotel reingebaut werden soll, das heißt also, es soll ein Park Hyatt mit über 200 Zimmern werden, also insofern etwas, was für uns, die wir Hyatt lieben und mögen, sehr gut ist und ich persönlich freue mich da schon drauf. Jetzt geht es weiter zu Kimten, das Kimten Passwort, das ist ein, ja, wenn man beim Check-In das sagt, dann bekommt man eine Überraschung, diese Überraschung ist ein kostenloses Frühstück, es ist frei parken, es kann aber auch Getränkegutscheine sein, also man weiß es nicht so genau und das Passwort, was ihr sagen solltet, wenn ihr eincheckt, übrigens ist das IHG, für die, die es nicht wissen, das heißt Lift Your Spirits und dieses Passwort ist bis zum Valentinstag gültig, das heißt also, ihr könnt da ganz schmeidig gucken, was es gibt, lasst euch überraschen, das ist auch je nach Property teilweise anders. Spannend ist es noch für Leute, die Meilen, Punkte und Status sammeln und zwar seht ihr schon Buy Miles 3 for 1, das ist Avianca Live Miles Bonus von 200%, der gilt, der kauft bis dem 3.12. und so kann man maximal von den erlaubten Punkten, die normalerweise möglich sind, sind 200.000, das Dreifache sind 600.000 kaufen und wenn man das sagt, ob das Sinn macht oder nicht, kann man zum Beispiel sich angucken, Amerika soll ja aufmachen bald, wenn man der Gerüchteküche glauben darf, da soll es von Europa nach Amerika, kostet ein One-Way 63.000 Meilen mit den Live Miles oder aber wenn man in der First Class fliegt, 87.000, also das heißt, man hat mit der First Class natürlich wesentlich mehr Bang, Lufthansa fliegt nicht mehr First Class dahin, also insofern scheidet die Lufthansa da im Moment so ein bisschen leider aus, aber ganz wichtig ist zu sagen, dass man die Meilen nur kaufen sollte, wenn man einen sogenannten Use Case hat, also das heißt, wenn man wirklich eine Anwendung hat, wo man sie brauchen kann, weil alles andere macht keinen Sinn, genau wie alle anderen Fluggesellschaften ist Avianca auch am Straucheln, warum straucheln sie? Ganz einfach, ja, weil sie pleite sind, die haben sogar Chapter 11 in Amerika angemeldet, also insofern, wenn die Belly abgehen oder wenn die wirklich pleite sind, dann wäre das Programm auch dann tot, also das heißt, da ganz klar nicht kaufen, nur weil man meint, man müsste die Meilen sich horten oder es wäre toll, also klare Kaufempfehlung ist es nicht, aber für jemanden, der es halt benutzen möchte, der kann es machen. Ja, dann geht es lustigerweise weiter mit den Freunden der Thai Airways und zwar, da gibt es eine interessante Meldung und zwar bei der Thai Airways ist es so, dass der ehemalige CEO von Thai Airways, das ist der Herr Wallop Bukanasut war mit seiner Frau 2009 shoppen, das ist schon lange her, ich weiß, elf Jahre, die Mühlen in Thailand malen langsam und beim Shopping hat er 300, also wirklich 300 Kilogramm geshoppt, was aber jetzt nicht das grundsätzliche Problem ist, das grundsätzliche Problem war, dass der Kollege das Personal angewiesen hat, die Kiloangaben zu manipulieren, das heißt also nicht das richtige Gewicht anzugeben, weil er einfach nicht nachbelastet werden wollte, er wollte einfach nicht bezahlen, wobei First Class Ticket, was hat so ein Ticket, 100 Kilo, die Frau hat auch nochmal 100 Kilo, also dann, also macht für mich keinen Sinn, aber das Problem ist halt einfach, dass es ein Eingriff in die Luftsicherheit ist, weil Weight and Balance, das ist ein schwieriges Thema, also insofern muss man da halt wirklich immer wieder aufpassen und schauen. Ja, das RKI, was haben wir denn hier, das RKI, ich habe kein Bild für das RKI, lassen wir das Teilbild da, RKI hat ja wieder bekannt gegeben, dass es neue Risikogebiete gibt, die Änderungen gelten dann ab morgen, wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt also, dass wir jetzt, wenn man sich in Estland aufhält, nun auch in der Region Tartu als Risikogebiet aufhält, oder aber in Griechenland ist auch jetzt Westgriechenland ein Risikogebiet, Portugal, das gesamte Festland und auch die autonome Region Azoren gelten als Risikogebiet, ausgenommen ist die Region Madeira, also wer nach Madeira geht, das ist kein Risikogebiet, die Region Midland, South, West und West in Irland gelten nicht mehr als Risikogebiet, also da gibt es einen positiven Ausblick und Griechenland hat nicht nur ein Gebiet dazu bekommen, hat aber auch ein Gebiet weniger bekommen, also das heißt, wer in der Nähe der Peloponnes ist, der hat da, ja, der hat da Glück gehabt, weil es kein Risikogebiet mehr ist. Dann haben wir den Deal der Woche und zwar der Deal der Woche, da möchte ich nochmal auf das Thema einhinweisen, was ich schonmal hatte im Laufe der Woche, weil es einfach in meinen Augen ein richtig guter Deal ist, wenn man für die 10% oder für die 20% die 149 oder die 299 Euro zahlt, ganz wichtig, nimmt keine Punkte, weil es lohnt sich nicht, könnt ihr je nach dem Paket, also das heißt, das 299er Paket gibt 20%, das andere gibt 10%, das ist dann etwas, was spannend ist, weil dann könnt ihr das ganze Jahr sparen, es gilt also für wirklich alle Tarife, gilt auf allen Flügen von Lufthansa, Austrian und der Swiss innerhalb Europas und dann noch Nordafrika, die drei, ich weiß gar nicht, kriege ich gerade nicht zusammen und es gilt auch auf Edelweiß, auf den LX 8000er Flügen, dass man das dann auch nochmal benutzt. Dann als nächstes Thema, was in meinen Augen bei dem Produkt ganz wichtig ist es zu wissen, es gelten nicht inner schweizer oder inner österreichische Flüge, heißt also, dass ihr da aufpassen müsst, also ansonsten und natürlich die Drei-Tage-Regel nicht zu vergessen oder über den Sonntag, also es rächtet sich wirklich an Privatreisen, nicht an die Geschäftsreisen, aber da gibt es ja wie immer den Trick über Kreuz zu buchen und bei einer Überkreuzbuchung kann man dann halt, wenn man das zieht, zweimal anfliegt, doch interessante Sachen mit Sparen. Jetzt aber zum Stammtisch, ganz wichtig beim Stammtisch ist, wir haben wie immer einen Online-Stammtisch, den wir eingerichtet haben auf Zoom, der findet morgen statt, also alle zwei Wochen, morgen der 29. wäre der Termin, wo ihr dann dabei sein solltet und ihr fragt euch jetzt natürlich, wie kann ich das finden, ganz einfach immer wieder in den Shownotes unten, ich werde die Links später einfügen, ich bin nicht dazu gekommen, heißt also, dann könnt ihr euch ganz normal bei Zoom einloggen mit dem Link, es wird keine PIN-Nummer gefragt, gar nichts, Kamera sollte an sein und wir diskutieren die Themen einfach durch, letztes Mal haben wir diskutiert über Themen wie zum Beispiel Reisen in Corona und so weiter und so fort, also es war ganz interessant und spannend, hat über eine Stunde, fast zwei Stunden gedauert, war ein sehr, sehr reger Austausch. Dann den Deal hatten wir schon gemacht, aber das Gewinnspiel, das Gewinnspiel, wir werden ein Gewinnspiel machen und zwar werden wir das Gewinnspiel so machen, dass wir die Likes und die Kommentare auf dem Facebook-Kanal Vielflieger Stammtisch zählen werden, da haben wir über 15.000 Mitglieder und es ist ganz wichtig bei jeder Community, dass wir Interaktion haben, dass wir den Leuten helfen, dass wenn ihr eigene Erfahrungen habt, die ihr einfach weitergeben möchtet, dass ihr dies dann tun könnt und ihr sollt damit auch belohnt werden, es wird Preise geben, wir verlosen zum Beispiel als ersten Preis, aber ich werde das auch nochmal in einem separaten Post machen, eine einjährige Mitgliedschaft und zwar für 2021 in der Vereinigung Passagier e.V. logischerweise, das ist eine Mitgliedschaft, die ganz wichtig ist, die würden wir sponsern und eine Mitgliedschaft bei FT Circle, das wäre der erste Preis, heißt also als Concierge, dass wir also ein Jahr lang uns um eure Reisen kümmern, es wird noch weitere Preise geben, wie zum Beispiel die Beratung, die normalerweise 299 Euro kosten, dass wir also für euch eine Strategie aufbauen, zumal nächstes Jahr das Fliegen wirklich wieder anfangen soll, aber auch es geht nicht nur um Fliegen, sondern auch um Hotels, um Mietwagen, Kreditkarten, also alles was Meilenpunkte und Status bringt. Ja, was sollte man noch wissen? Ja, man sollte einfach wissen, dass natürlich Spam-Mails oder aber irgendwelche anderen Sachen wie nur Hallo oder sowas, das wird nicht gezählt, wird grundsätzlich gelöscht und der Admin Moderatoren leider ausgeschlossen, dürfen leider nicht mitmachen, aber wartet auf den Post, er kommt heute Abend, spätestens morgen, da wird nochmal alles ganz klar erklärt. So, das war auch schon die erste Ausgabe und zwar die von der Woche 48 vom Frequent Traveler TV Weekly Update und dieses Weekly Update oder Weekend Update um ganz genau zu sein, ist ein Wochenrückblick und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr natürlich die Kommentare unten reinschreiben oder wann er was sagt, wo er sagt, das hat gefehlt oder ihr wollt was besser oder was anders oder ihr hättet noch irgendwas, also lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren und ich freue mich, wenn wir zusammen da interagieren können und wenn wir auch wesentlich mehr Leben in dem Zoom-Call haben, wir hatten letztes Mal zehn Teilnehmer, es liegt jetzt an euch, da eine Community draus zu machen, also ich freue mich, bis bald, Ciao.